Ja, hallo. Hiermit stelle ich Ihnen eine Satellite 200 vor, eine NSM Löwen Musikbox aus den 80ern. Diese Box ist für den amerikanischen Markt gebaut worden, ist nun wieder zurückgekommen, umgerüstet, platinenmäßig und laufwerkmäßig, wieder auf 220 Volt. Die Satellite hat 80 Platten, die gespielt werden können. Das Laufwerk ist gemacht worden, die Transistoren sind ausgewechselt worden, Elkos sind ausgewechselt worden. Ja, wollen wir mal sehen, was sie so bringt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020